ja Hallihallo Hallöle und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Play Bioshock mit mir den Bahamut und ja an der Stelle wo ich letztes gehüpft bin haben wir hier das beendet und so was und hier ist noch wie gesagt eine Gamebank und so was interessiert uns auch nicht wie ich spinnte so jeden Fall Hammergeil dass ihr wieder eingestellt habt dass ihr dabei seid und hier läuft noch einer rum ich hab grad jemand gehört gut dann verstecken wir uns mal hier hinten und ja was ich auf jeden Fall noch loswerden will ist ich bin auf jeden Fall gespannt ich hab mir mal Gedanken gemacht no was jetzt Gedanken aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses beschissene Ende weil mir haben ja bis jetzt allen Little Sisters geholfen ne und ich bin echt gespannt auf das Ende wie das dann eben ist und mir allen geholfen haben das will ich auf jeden Fall sehen so was haben wir denn hier hinten bitte Papa so schauen ich will nicht auf den Tisch okay das war wieder so ein Geist hier boah das waren die ganzen Kleider von denen guckt euch das mal an krasse Scheiße Big Daddy Pheromone Panzerhacker was los alter wollen sie wollen ihre Gegner Dinge vor ihnen wegschließen die recht welche ihnen gehören überlassen sie ihnen nicht ihre hart erarbeiteten Güter holen sie sich zurück mit dem neuen Panzerknacker 2 Geil verringert massiv den Schwierigkeitsort beim Hacken von Safes und Kumpuschlossern da brauchen wir eigentlich nicht aber hm war gar nicht schlecht sag ich mal Halt die Fresse 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 Ja ihr hört schon ich bin gut gelaunt und das hat damit zu tun dass wir das Spiel bald durch haben und ich dann mich klein als nächstes Projekt setzen kann und äh immer so schön äh vorproduzieren kann für die heißen Sommertage dann Freunde oh hier sind ja noch Haufen Schränke das ist ja die kann man nämlich auch durchsuchen Freunde alles durchsuchen was wir können so wo sind wir denn hergekommen überhaupt das müssen wir auch mal gucken wo wir langen müssen schon gehackt ja ah siehste ok was müssen wir jetzt machen um ihnen zu erfolgen muss ich selbst begleitet zu suchen die nahegelegenen Labore wir müssen da ein Optimize Testlabor und alles hier in die Mitte müssen wir noch da waren wir noch gar nicht ja wir müssen dann hier raus also ganz hin und wieder raus hm hier gehts ja nicht weiter hier liegt der Dicke ah jetzt kommen wir hier wieder raus ok alles klar an burn deine Mutter blöde deine Mutter so jetzt müssen wir... sind wir hier richtig? Ich denke, weil jetzt müssen wir nämlich in die Mitte irgendwie reinkommen Einfache Frage Ein Sklave oder ein Mensch? Grüße Hier müssen wir noch rein Hui Scheiße Bot Shutdown, Bot Shutdown, Bot Shutdown Shutdown die Bots Lalalalalala Bot Shutdown Die Scheiße, die kommt noch Ich komm, ich komm, bählalalala Erstmal ausrüsten für nach, ja, damit man klein die Kamera oder irrschenbieben machen könnte Atlas ist ein Freund des Parasiten, seien Sie kein Freund von Atlas Ohne Endkarte überstanden, Freunde Jetzt etwas auf, jetzt höre wir uns hin Kleinmal wieder zur Pistole wechseln, dann können wir die Kamera hinten kleinmal her Das wisst ihr, wisst ihr Bescheid Alter, was mache ich, Alter Du Hure Spaß die, Alter Was denn, was muss ich schon jetzt hier machen, Alter Bleiben wir schrotten Ich kann hier doch durchlaufen, oder was? Okay Und safe What the fuck Autohacker, jawohl Gut Hier waren wir jetzt auch drinne Jetzt müssen wir rausfinden, wo wir jetzt hin müssen Ich hab keinen blassen, Freunde Faithsafe Familienbibliothek Hier drinnen Mendel Familienbibliothek Dann müssen wir hier Atrium Balkon Hier und dann Bibliothek Also wir müssen auf die andere Seite rüber Auf die andere Seite wieder rüber Deine Mutter So Erstmal ein Koffein, hab ich gesagt Getränk, ein Stückchen Zimmer nehmen Sorry dafür So, weiter geht's Jetzt müssen wir ganz genau nachgucken, wo wir langen müssen So, jetzt sind wir hier Ah, wir können da ja weiterlautschen So So, und dann hier hinten auch schon die Treppe runter Suite Assembly Treppe runter Nee, hier, hier noch Mendel Familienbibliothek Hier müssen, hier müssten irgendwo diese bekloppten Schuhe sein, oder? Ah, ah Hehehe Äh Riesa Oh Nur hab ich ja keine Stiefel oder so eine Scheiße Ah, fuck Atrium Tauchkugelstation Little Wonders Familienbibliothek Das sieht doch aus wie ne Bibliothek Das sieht doch aus wie ne Bibliothek Suite Assembly Das ist die Bibliothek What the fuck Wo müssen wir denn da lang, müssen wir hier wieder raus, oder was? Scheiße, ey Na warte, du Hure Da kommt keine mehr raus, aber die habe schon alle mit Genickbruch weggeschickt Jaaaa Big Daddy Stiefel, Alter Schmähs Okay Hier lang, oder was? Nee, hier vorne, und dann Hier rein, Alter Ich fühle mich gar nicht gut Mir ist schwindelig Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind What? Oh ja, fick dich doch, Alter Ich hab den Alarm ausgelöst Scheiße, Mann Ich brauch nen Watcher Town, verdammte Scheiße Lass mich doch einfach mal in Frieden, Alter Fick dich, Mann Hau ab Ich hab geschwurrt Deine Mutter schwört Neeein Alter Schluss Forkiss es Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmutterung vertragen Ich will nämlich gar nicht Okay, wir brauchen wieder hier, ähm, ihr wisst schon Gehst das, ey? So, guck mal, uns erst mal hier ein bisschen um Oh, Alter Ey, wehst du? Gehst das, ey? Gehst das, ey? Pistolenkugeln brauch schon Was? Sein Maul, Alter Keine Ahnung, äh Keine Ahnung, äh Ich hab schon zu viel davon Ey, Gott, bist du bescheuert, Alter Gott, kann man nur so dämlich sein, ne? Geht das, ey? Geht das, ey? Jawohl Jetzt bist du ein Big Daddy Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters Bei den Proving Grounds Das ist nämlich mal auch mal das hier, Freund Da war aber nur Scheiße da, Kunde Du glaubst doch nicht etwa, dass ich Angst vor deinem Lenkanzug habe, oder? Sie müssen sie dort treffen, wo es weh tut Die neue Schadensforschung 2 ermöglichte Seen Die schwächen ihre Gegner mehr, als je zuvor vor... Zu ihrem Vorteil zu nutzen Schadensforschungen werden massiv erhöht Hm, dann nehmen wir das Elektra heute raus Und machen doch die Schadensdinger rein Das kommt auf jeden Fall besser, denke ich Mal die Klappe Mal schön hier Medikits noch Sie ist mein kleines Mädchen Das ist mir doch scheißiger, Alter Das wird mir schon scheißdreck Na? Was ist denn los, Alter? Komm her Was ist denn los? Ui! Blut die Fresse. Die Fresse ist in der Traune der Wissenschaft. Ein Kind ohne Mutter. Das Ergebnis eines unausgereiften Experiments. Du musst sie aus ihrem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den kleinen Bauchstabon gehst. Ach, mein kleines Männchen. Manu, Alter, was denn los? Okay. Gut, schon zum Versuchsgelder. Und ich wollte jetzt auch ein... Weil ihr solche geilen Schnitten seid, würde ich sagen, dass wir hier auf jeden Fall nochmal einen Cut machen. Wir sind jetzt in Vollständigung noch Big Daddy geworden. Und ja, was wir damit erreichen können. Also wir haben auf jeden Fall ein Bild mehr Panzer rum. Wir haben auf jeden Fall diese Schadensforschung gekriegt, was ich im Sky-Finde. Machen wir noch ein Bild mehr Damage. Und wir könnten jetzt noch Fotos machen. Ach, Forschungsziel ist schon abgeschlossen. Gut. Okay, dann wird mir das dabei gelassen. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommi da. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, äh, auf jeden Fall, ähm... Big Daddy Little Sister Bahamut. Und mir bleibt nichts weiter übrig, als wieder einmal zu sagen, ein frohes Naumhaben mit Plasmiden, der Kämme und den Komen. Euer Bahamut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.